Warte durch die Rigsform zum... Ist natürlich nice, wenn du so auf Erkundung bist, weil du mit hast, ne? Wo wir gestartet haben, ja. Hier drunter müsste ja einer sein. War das echt zu lange abzubauen? Ja, das ist richtig kack. Ja, ich hab so ne scheiß Spitzhacke. Ey, da drunter ist einer, okay. Hier liegen noch zwei Blöcke rum, ne? Egal. Oh, Shift-Rex. Gott. Ne, Annabelle, will die Dinge mich verarschen hier? Ich guck mir das heute Abend mal an. Oder morgen früh. Black? Ja? Willst du auch Speed-Teleportation zum Spawn haben? Zum was? Zum Spawn, dass du gleich ein... Ich würde das nur auf Erkundung mitnehmen. Wenn du weiter weg bist. Ja, gib mal. Da. Da. Liegt. Eine Blume. Oder was denn so? Zieht. Öl zieht. Aber ich glaub, das Dinger verbrauchen sie hier auch. Hm. Ist verschwunden danach. Ja, meiner auch. Das ist voll einfach herzustellen. Grasblock. Ich hab... Ich... Ich guck mir das heute Abend mal an. Wenn ich wieder... Weil die alle weg sind, ja. Warum bloß? Hab ja nichts gemacht. Ähm... Blacks. Aber da brauch ich. Alter, ich hab kein Glas mehr. Oder was? So, ich geh jetzt hoch. Weil wenn ich jetzt zwei Tage hier mitspielen will, dann will ich das fertig kriegen. Und dann flipp ich aus. Ja. Ich guck das heute... Oder... Beziehungsweise früh dann halt nach, ne? Mhm. Ja, dann... Kommt die gleich noch hoch? Ne, ich nicht mehr. Ich bin mehr weg. Ah, ne. Okay. Wahrscheinlich würde ich noch hoch. Mal gucken. Boah, Alter, was ist mit dem Spiel denn jetzt los? Bis gleich. Zentus noch. Tschüss. Vielleicht. Das lag gerade extrem. Oder ich hab gleich einen Timeout. Was wir haben? Hm. Kein Stacks. Noch Goldnugget ins Deck. Ich kann... Kein... Alter, jetzt. Warten lag. Ja, du hast auch gerade geleckt. Ja. Oh. Hallo? Leider will mich das Spiel jetzt irgendwie grad ein bisschen verarschen. Hä? Alter, warum krieg ich denn jetzt immer so nach zwei Stunden immer so ein 200er Ping auf einmal? Also nicht. Keine Ahnung. Ah, genau. Jetzt kommt das erst wieder. So. Nehmen wir davon welche mit. Ach man. Ich hab mal da rein. Scheiße. Hast du gerade erst die Kiste gehört? Ne. Ich bin ja schon weg bei dir. Okay. Ich muss ja hier meine Mana. Spiel. Ich will Quarz eingeben. Du darfst nicht so viel Quarzen. Ja, von jetzt. Ach komm ey. Das macht gleich keinen Spaß. Du brauch ich gar nicht spielen. Das ist jedes Mal, dass das Rezept gar nicht einkommt oder die ich mal alles lösche. Ja, mein Ping geht her. Und du behindert bist. Ah, jetzt kommt's mit dem. Sock. Start. So dumm. Start. Okay. Jetzt haben wir noch vier. Ja, jetzt haben wir noch ne. Ich mach noch paar 24k Storages oder? Und die anderen besser. 24k Storages oder? Ja, 64. Ja, 64. Warte, ich kann zwei davon machen. Warte mal, das machen wir als erstes. Die größten sind ja irgendwie noch am besten. So. 64 Sparks haben vier. Zwei. Drei. Okay. Ähm. Eins. Zwei. Das sind noch. Das sind die Fluids. Ja. Naja. So. Ich hab jetzt die hundert. Da. Okay. Eins. Zwei. Oh, das Portal ist aus. So, ich glaub das Portal schaltet sich ab, wenn man nicht mehr in der Nähe ist. Okay. Das ist gut. So auch so bleiben. Vorher war das nämlich die ganze Zeit eigentlich an. War da das Portal. Das braucht zu viel Mana. Wahrscheinlich wurde das mit einem Patch reingemacht. Beim letzten. Das kannst du natürlich haben alles. So. Noch zwei. Noch mal vier Festplatten rein. Die vielleicht einmal so platzieren. Jetzt sind alle grün und orange. Das ist gut. Das ist ja die Flüssigkeit. Aber das ist mir Wump eigentlich. So. Jetzt wollt ich noch ne. Schnell bevor ich beende. Ne. Deep Storage noch bauen. Ach. Falsch geklickt. Das muss ich machen. Okay. Da. Wo ich enderpearl'n. Und das Zeug. Okay. Hab ich das noch? Enderpearl'n. Und das Zeug. Hab ich das noch? Ich hab keine Ahnung wie das funktioniert. Muss ich mir auch mal angucken mit den anderen Sparks da. Enderpearl'n. 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 habe ich irgendeinen stromanschluss auch weggetan wenn der kleider kam weggetan das ist der nächste stromanschluss das mache ich jetzt geschickt es leckt bei mir auch komping im spiel vielleicht ist immer lecky leck, lecky lecky das ist doch kacke aber ich weiß also warum ja komm mach die anstellung ja geh am besten noch mal 10.000 mal ins interface geh nochmal bitte ins interface davon überleg mal wie das bei mir ist dass das aber eben mal in der aufnahme ist wenn ich einen anderen portal durch oder so springst du jetzt aber nicht durch portale oder so ne hm springst du jetzt gerade irgendwo durch portale rum oder so ne ich bin gerade bei meinem turm ich hab doch gerade gesagt ach komm spiel ich hab da keinen bock mehr drauf mach das morgen früh ey das geht ja gar nicht mehr das nervt mich mehr das nervt mich mehr das nervt mich das nervt desto schissener wird das heute noch ne ist gar kein loch da ist das ich weiß auch nicht warum das mich grad so abfuckt ja Mist ich muss nochmal glas dring gehen mach ich dann auch gleich auf zu gehen nochmal schnell fertig ja guck mal ein 200er ping du ich kenn das hm ich lass das hier zendos ich mach hier nen stwop ja dann würden wir sagen bis zum nächsten mal bei das bekloppt projekt the next generation mit dem flash mit centus noch zum schluss hihihi war das voll chaotisch heute war aber richtig chaotisch ach das wissen wir doch immer naja naja ist ja nicht schlimm bis dann Leute tschau tschau tschüss tschüss